Dass man dann immer so hier, äh, gedingst ist hier, das ist auch. Hinten kommt schon der nächste an. Ich seh dich da hinten. Du bist hier nur am Essen, weil das sonst nie nachdingst hier. Das ist doof. Ja, der hat sich gerade selber gekillt, der Typ. Das ist auch mal gut. Oh, ne Hexe. Ach du Scheiße. Vielleicht kümmere ich die aus der Distanz ein bisschen. Ja, können wir. Jetzt sind dort hinten noch mehr, den haben wir auch gekillt. Da stehen noch mehr rum. Das ist zum Glück auch in diesen unbegrenzten Bogen, sonst würde es hier wahrscheinlich duster aussehen. Was so das Weiterkommen betrifft, ein Monster. Da gehe ich mal aufs Schwert, der ist jetzt zu nah dran. Und weil der dann ja auch Fire Damage hat. Auch diese blöden Spinnen hier. Was ist denn das dort hinten? Ach, bloß Pfeil und Bogen. Da kommt noch ein Monster an. So, jetzt haben wir schon so ein bisschen aufgeräumt. Was ist denn das dort hinten? Ach, da steht auch noch einer. Den haben wir hier aus der Ferne jetzt abschießen. Das hat funktioniert. So, jetzt haben wir hier so eine dumme Spinne. Die uns jetzt wieder hier das ganze Heal hier nimmt. Ist nicht wahr. Aber gibt es hier immer eine Taktik, wie man hier einfach durchrushen kann? Oder verstehe ich jetzt diese Adventure-Map hier nicht? Also, wenn man hier nur am Verrecken ist, wenn man die Gegner bloß irgendwie aus der Distanz abschießen kann, dann ist das doch blöd. Blöde, hier links ist es rumgestöhne. Das ist immer noch da. Also, das scheinen wir ja wahrscheinlich nicht besiegt zu haben. Und rechts in der... Im... Im... Na? Im OBS-Fenster ruckelt das Spiel theoretisch. Also... Komm, lass mich da einfach in Ruhe. Mit eurem Scheiß. Naja. So, und der nächste Versuch, hier mal ein bisschen fortzuschreiten. Aber ich will es auch nie abbrechen. Ich will das durchspielen eigentlich. Also ist mir hier auch noch ins Wasser gefallen. Oh, spitze. Oh. So. Na, ihr Potten. So, den haben wir erstmal gekillt. Was ist mit dem, der da hintenrum sprattelt? Na, komm, komm, komm. Komm doch ran auf den Meter. Jetzt so. Aus der Luft ein mitgegeben. Da hinten ist noch einer. Wo ist denn dieser Typ, der die jetzt immer spawnen lässt? Oh, nee. Das ist wieder so eine Kackspinne hier. Spitzer. Es ist doch einfach nur zum Schreien. Rammeln wir wieder den ganzen Weg hinter. Oh. 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 Kann ja sein, dass die auch Schaden nehmen, wenn die hier irgendwie durchs Gelände fliegen. Das sieht so aus, ne? Ja, da ist er jetzt gerade verreckt. Ich meine, da bin ich ja nicht böse drüber, dass das so ist. Wo ist denn dieser Typ, der die... Der die spawnen lässt. Wenn ich den kille... Das war es auf jeden Fall nicht. So, also nochmal, nächster Anlauf. Oder ich sollte einmal mit diesem Unbesiegbarkeitstrank dort mal übelst durchziehen. Und immer für ein bisschen Stimmung sorgen. Aber das will ich mir aufheben. Vielleicht braucht man es ja doch irgendwann mal. Es wäre halt schön, wenn es hier mehr Speicherpunkte gäbe und man nicht immer dorthin rennen müsste. So, wie der x-te Anlauf hier. Ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt. Hier geht man in der Treppe hoch. Gibt es hier irgendwas? Nö, ist scheinbar bloß Deko. Der Baum steht doch im Weg. Man muss ja schon richtig irgendwie... Ich könnte ja hochgehen. Das ist doch nicht wahr. Was haben die denn? Die einen Schlag und man hat ja... Man ist fast tot. Das ist doch ein Unding. Dabei habe ich hier maximale Rüstung. Also, ich verstehe das absolut nicht, was hier abläuft. Ich nehme mir gleich wirklich diesen Unbesiegbarkeitstrank und rushe dort mal für 20 Sekunden ordentlich durch. Den lege ich mir jetzt schon mal so ein bisschen bereit. Das bin ich auch noch herunter reingefallen. Das ist natürlich auch wieder klasse. Jetzt fehlt mir hier wieder das Yulf. So, jetzt bin ich unbesiegbar. Und ihr könnt mich immer so dermaßen gepflegt haben. Jetzt mal den Typen hier platt machen. Jetzt noch so einer. Ach, na gut. Den habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber wir haben dort erstmal so ein bisschen was ausgehoben. Das ist ja auch in Ordnung. Das schmeißen wir weg. Das sind einfach diese Plagegeister, die Nerven dadurch, dass sie so unkontrolliert hin und her fliegen und durch dann angreifen. Auch diese blöden Spinnen, das geht einem aufs Schwein einfach nur. Da hinten ist wieder einer. So, getroffen. Schön aus der Luft. Abgefangen. Was ist in der Kiste hier? Witch Pant plus drei Hart. Okay, naja. Okay. Ob es was bringt. Ob es was bringt. Naja, man kann die ja mal anziehen. Wenn ich jetzt den noch nehme, dann habe ich noch mehr Hartz hier. Hier war doch noch so einer, der hier, äh, die Dinger gespawnt hat. Spinn-Alarm. Ja, es reicht. Das ist ja auch nicht so einer, der hier, äh, die man von hier hinten auch noch treffen kann. Das ist ja cool. Hier war doch noch so einer, der, äh... Ach, hier hinten steht er, glaube ich, ja? Irgendwie noch steht er da, oder? Oh-oh. Oh-oh. Ich würde schon sagen, warum gehen die nicht mit den Pfeilen tot zu machen? Ach nee, das ist Wasser, was ich dort gesehen habe. Dort hinten, dort rechts in der Ecke steht er doch, oder? Ja, das ist er. So, wir haben hier so einen Kackgeist hier. Komm, hau ab. Was guckst du? Wenn du dort unten stehen bleibst, da kommst du nie an mich ran. In der Ecke steht er. Das ist ein Kack allen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017